So, hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Overspeed. Wie versprochen, habe ich etwas Offscreen weitergespielt und ich habe es geschafft, dieses Auto zu gewinnen. Diesen Garten zu beginnen. So, da ist ein... viel haben wir hier noch nicht. Ein bisschen hier halt, ne? So Reifen und Karosserie. Mehr aber auch nicht. Und ich lasse erstmal die Reifen weg, weil die machen das Handling noch schlechter. Und das ist ziemlich doof. So, dann gucken wir mal, wie doof ich mich jetzt anstelle. Bei doof und so. Ein älteres Auto. Mhm. Da hätte ich sogar eine Chance. Geh. Triebe. Los geht's. Los geht's. 3, 2, 1, los. Peter Mo. Ich soe wegzmein Peter Mo linöb. Also wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich auch in diesem Video nicht wirklich was reiße und ich dann wieder mich verabschiede mit ich mache dann mal Offscreen weiter. Ich wollte jetzt quasi euch bloß dann mal den Fortschritt zeigen. Sollte 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 Untertitelung. BR 2018 Ich habe jetzt gar nicht in die Minimaps geguckt. Hat er sich hingemault? Untertitelung. BR 2018 Ich glaube, dass wenn er sich jetzt zweimal hinpackt, wird das nichts. Wie muss dieses Spiel eigentlich so bockschwer sein? Untertitelung. BR 2018 Nee, hat sich erledigt. Setze ich nicht in die Maul. Ja, dann beende ich mal das Video wieder an der Stelle und wir sehen uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Nächster Versuch. Wir nehmen also dieses Mal nicht mehr Bel Air, sondern mal die andere Strecke. Weil das wird sonst nix. Naja. Mal sehen, ob ich hier eher eine Chance habe. Wahrscheinlich nicht. Stan Kiri? Ist das nicht einer von denen in der Top 3? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Buch. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Trotz Abkürzung nicht eingeholt. Toll. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, er hat sich gedreht. Und er hat sich nochmal gedreht. Na, glückerhaft. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Boah, Mann holt der auf. Ich hab noch kein Nitro. Aber jetzt sieht gut aus. Das war knapp. Ah, jetzt musst du gehen. Du hast dich selbst übertroffen. So, wenn ich jetzt Reifen drin packe. 76. Hä? Wenn man die Reifen reinpackt, wird er aufgebockt? Nee. Egal. So, wir haben gewonnen. Das ist schön. Weil die Strecke was taugt. Nehmen wir jetzt auch nur noch mal die. Nee, eben nicht Bel Air. Da musst du schon ein sehr schlechtes Auto haben. Schon wieder Bel Air mit einem viel zu guten Auto. Nee. Probieren wir es. In Ordnung. Los geht's. 3, 2, 1, los. Und weg ist er. Achso, da fährt's jetzt lang. Okay. Sag mal, Alter, spinnst du? Alter. Kannst du mal aufhören mich abzudrängen? Fährt ja schlimmer als ich, ey. Achso, unter vient man chirpfe. Oh, der so von dahint. Ja schlimmer ist er so. Dann bin ich darüber lang. Achso, ey, wie sag mal. Langsam sind dir schon übel Mann aus부� За. Kannst du mal um oder wie? remembering nicht. Machst du mal aufhören mich? Be antw shook alles ohne Trying. Achso gar nicht. Achso, nicht nie so. Ach, wie schön wäre hier eine Runde. So, du kannst ja wieder da durch deinen Parkplatz fahren. So, du kannst ihn dann auch durch deinen Parkplatz fahren und hierdeln. So, du kannst ihn hier. So, du kannst ihn mit dem Parkplatz fahren. So, du kannst ihn hier durch den Parkplatz fahren. So und jetzt gerne noch so eine schöne Runde. So eine Hunde. Was der wieder aufholt. Was der wieder aufholt. Was der wieder aufholt. Was der wieder aufholt. So muss das. Boah was das tun für ein Motormann. Du bist abgegangen wie eine Rakete. 89. Hm. Ah ich probier's mal mit. Wo sind wir jetzt eigentlich? Da. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vor uns. Ja. Nitro. In Ordnung. Warum eigentlich nicht. Legen wir los. Ja. Da. Ja. 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 so 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 Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Inzwischen kann ich hier mit Volldampf durch. Ohne dass ich bremsen muss. Das ist schön. Das ist schön. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus.